hallo und herzlich willkommen zu einer runde world of warcraft in arati becken ja es ist mal wieder gott sei dank eine andere runde happy happy ja ich schreibe hier gerade mit ein paar g-mitgliedern ja deswegen bin ich wahrscheinlich ein bisschen abgedenkt er hat gefragt ob ich vielleicht nächstes jahr mit nach teil und zu wieder fliegen möchte und ja ich habe geschrieben ja ich hab schon was vor also hat mich gefragt ob ich schon was vor habe nächstes jahr ich habe geschrieben ja die bieder wenn ich habe vor mit ein paar kumpels nächstes jahr nach bieters zu fliegen und da wollten wir uns eine villa mieten weil das jemand interessiert so eine zehn mann villa leider haben schon fünf leute abgesagt also wir sind nur fünf leute und wir brauchen mindestens neun leute für die das ist immer übel da wo ich mir irgendwie mal das teuerste zimmer als es gibt weil es schönes geht naja zu dem spiel hier arati becken ich glaube ich habe hier noch nichts gezeigt beim arati becken also der sieger in der runde ist wer als erstes 1500 punkte hat wie bei den meisten runden es gibt es hier ich zeige mal die karte fünf sachen die man einnehmen kann aber in stelle goldmine hof schmiede und sägewerk das sägewerk ist ganz oben da ist eigentlich jemand praktisch den einzunehmen weil man kann denn da runter fliegen wenn man eine mage hat oder ein priester und ja deswegen mein erster weg ist eigentlich immer hoch zum sägewerk nur wenn ich immer allein reite ist immer ein bisschen doof sollte meistens immer so drei bis vier leute mitkommen damit man das auch gut verteidigen kann zwei stehen normalerweise immer hinten am hof na siehst du hier sind schon die ganzen alis also das ist jetzt hier nur ein kleiner ablenken und ich werde hier total abkacken aber das ist nicht schlimm ich hoffe hier unten hat jemand das eingenommen das sieht mich dann aus oder doch wird eingenommen eingenommen deswegen werden wir jetzt im fall kämpfen na gut warum sagt sie nicht auf und dann mal wie hast du zauber tschu nein die haben unser Hof eingenommen was kann doch nicht wahr sein abkacken vor wo 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 geht doch ich kann einen Visier jetzt mal hier schauen ob da noch eine Heilung drin ist natürlich nichts drin was auch sonst dann brauchen wir hier auf jeden Fall jemand der deft wenn wir jetzt hier wieder alle wegreiten, dann bleibe ich hier na gut, ok ich bleibe mit dem Schurken hey ich kann nicht allein defen defen gibt immer so wenig punkte hm dann kommen welche gut dann kann ich weg dann schauen wir mal runter ob da was in der Mine ist hier haben wir vier ok reiten wir mal weiter vielleicht was bei den Stellen haben wir ein paar mehr oben Sägewerk da ist gut ne 500 ehrenhafte Siege durchs rumlaufen kriege ich Erfolge geil 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 hier ist eine mage irgendwo wo ist die ach die ist kaputt Katzensprung ok halbes Leben weg normal wäre man tot ne Katze kann ja bisschen tiefer runter fallen ohne Schaden zu erleiden ach muss ich auf der Kiste springen ja voll der Noob ja voll der Noob hmmm defen hoch schmieren wir das hier ja naja ok also wieso nur mit Heimnehmen hier angekommen ah mieste kacke schmieren wir mal nach der Mine und was da so abgeht was da für eine Party steigt wir sind in die Karin schon mal rüber ok das habe ich geschafft ok jetzt haben wir drei Sachen das ist super die mir zwar jetzt heilt sind aber alle in der Schmiede ist auch scheiße außer wenn sie da kämpfen na die kämpfen da sehen einige da sehen ja ok er springt runter so der Jäger ist weg schnell dem Buff geben aufsatteln und hoch zum Sägewerk wo noch Hof aufsatteln 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 da wird nicht gekämpft da wird auch nicht gekämpft doch da greifen wir jetzt an aufsatteln 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 Okay. Hier wird gekämpft, habe ich gerade gesehen. Ah, ne, dahinten wird gekämpft. Super. Nein, um. Sägewerk. Scheiße. Ah, hier sind zwei. Zwei müssten reichen. Die wollen das Sägewerk einnehmen, das kann doch nicht wahr sein. Mist, das haben sie so gut wie eingenommen. Das war wohl ein Satz mit X. Na ja, alleine gegen Wifi waren das drei Stück. Jetzt sind sie wieder in der Mitte alle. Das wird ein knappes Ergebnis auf jeden Fall. Bäm, 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 drei Sekunden noch. Ah, das ist so schnell. Das war wirklich langsam, aber das ist so schnell. So, also hier ist schon mal nichts. Da unten ist auch nichts. Bleibt es rum beim Sägewerk. Drei Leute unten, drei Leute da. Okay. Was sieht es denn aus? Da, stattdessen. Ach, ich bin nicht gekriegt. Ach, ein Jäger. Oh, besser wie nicht. Ja, dem Priester ging es besser wie mir. Die bewegen sich hier so merkwürdig hin und her. Ich denke mal, da wird gefightet. Kann ich da nicht hinschauen? Ach, ich repariere mal meine Sachen. Oh, ein Gold. Upsa. Ja, aber meine Taschen auf. Das kann nicht wahr sein. Jetzt sind uns, was eingenommen? Den Hof? Den Hof haben sie eingenommen? Oh. Nicht lang, aber es sind trotzdem ein paar Sekunden, die uns fehlen. Für ein paar Punkte. Ah, Mensch, die drin ist richtig. Ach, ich bin nicht verwendet, ich bin nicht verwendet. Ach, ich bin nicht verwendet, aber ich bin nicht verwendet. Oh, weißt du nicht. Kein Ah, ich bin nicht verwendet. Oh. Oh. Oh, oh. Oh. Das war's für heute. Ich bin so ein Ich bin so ein Geh, okay. Ich bin so ein Geh, okay. kann man mal machen aber nicht mit mir einer wegkommst, kommt er nix ok, das ist jetzt egal, kein Krieger ja Das ist ja auch noch eine Schurke Erst angreifen und dann wegfallen. Was sind die richtigen? Da wenigstens immer so lang stehen bis ich sterbe Nein, dem ich wieder eingenommen Das kann doch nicht wahr sein So wird verteidigt Segelwerk ist gut im Rennen Das kann doch nicht wahr sein Das kann doch nicht wahr sein Das kann doch nicht wahr sein So, da ist nur eine Fäger Der geht mir langsam auf den Sack Aber wenn wo was los ist, ist er dabei So, ich muss ganz schnell hoch zum Sägewerk Ja Das ist die Abkürzung für Sägewerk Aber ich denke, was könnt ihr euch schon denken Bisschen aufsteigen Bisschen aufsteigen Ah ne aufteilen So Das Weg Ich würde mal sagen, wir haben verloren Meine Hüte Okay Ja okay Ich habe zwei Kills War bestimmt nur Abstaubar Kills Was wollt's So So Ich fliege noch so einen Punkt zu Ende Und dann werde ich wieder offline gehen So wie immer Eine schnelle Runde Und dann offline gehen Ich hoffe euch hat die Runde gefallen Mal wieder haben wir verloren Man kann ja nicht immer gewinnen Man kann ja nicht immer gewinnen Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder bald seid Bis dahin wünsche euch viel Spaß Und auf Wiedersehen Tschü tschü